hey was geht ab youtube herzlich willkommen zurück zu battlefield 1 open beta wir spielen wieder conquest mit am start sind der motto der volks der archie kommt später noch und der volks wird auch wieder dabei sein also viel spaß beim zuschauen und los geht es so we have taken objective we have taken objective freddie ich finde das so geil in diesem schreien schreien Verdammt Scheiße War's in oder? War's so stundvoll, ja Ich hab's kaputt gehabt Der ist auch hoch oder hoch? Oh, ein paar Stücke. Da sind ein paar Stücke, ja. Rücken und raus. Rücken und rücken, wir schocken. Zahack, Abdecken gehackt. Arthur, weg oder was? Arthur ist hier im Essen, ja. So folgst du, ist er ja wieder. Na, ich muss... Ich hab meinen anderen mal eben neu gestartet. Gucken, ob's jetzt besser läuft. Ich lade dann auch mal die Party ein. Ich lade euch nochmal alle in die Party ein. So, folgst. Wenn du da bist, dann kicke ich einen aus der Gruppe. Folgst. Party einladen. Und Lucky Nap Pep, Inride. Alle raus. So, ich bin beigetreten. Sehr gut. Serviceful, you have been placed. Aber es gehen ja laufen welche raus. Aber wenn man echt ein bisschen spät, finde ich die Web eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Eigentlich geht die. Ja, aber... Du musst schon mal irgendwie dann... Geil, der hat ja zwei... Ja, wie gesagt, man hat ja selbst in der Beta ganz cool. Ja. Gut, aber... Wenn sie nicht machen. Bei Battlefield 4 haben sie's gemacht. Wir hatten jetzt zwei in der Metro, dann gab's nochmal die andere. Okay, Herr Charlie wird eingenommen, obwohl ich hier stehe. Wo sind die, ey? Was ist denn die anderen? In der Party sind nicht einige drin. Freud und... Ja, da kannst du ja auch. Und fehlen. Wo sind die Leute? Die sind ja da oben. Ah, das gibt's nicht. Der Flammeer war hat nur noch 21. Der ist gleich down. Wo bist du denn drauf gegangen? War Charlie. Ja, aber ich auch. Wo? Charlie Richtung F hinter den Häusern. Au. Hier bin ich drauf gegangen. So, hier sind irgendwo Leute. Ich nehme ein Objektiv, Charlie. Schau den Grenade! Schau ihn! Der ist raus, in der andere Leiter. Hier läuft er. Ich wünsche wieder down. Aaaaah. Oh, hier oben drin ist auch einer gewesen. Der ist immer tot. Oh, dicker Tank. Ach komm. Boah. Toll. Keine Chance. Der Flammeer ist tot. Boah. Den kriegst du nur mit dem Messer. Mit einem One-Hit hin. Ja. Mit diesem Run, weißt du? Der ist fast von hinten. Boah, gut. CH mal jetzt wieder. Alter. Ich bin schon wieder verbrannt. Wir haben so viele Medics und keiner kommt, das ist immer geil. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich krieg's auf der Karte angezeigt, wo Leute um Hilfe schreiben. Ich seh's nicht. Sag doch einfach, was ich jetzt bin. Nein. 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 Der Flamesthrower. Der Flamesthrower ist unten. Boah. Hab ich schon wieder glatt gemacht. Okay, die sind in den vordersten Gebäuden. C Richtung F. Ich hab ihn schon wieder nicht gekriegt. Das gibt's gar nicht. Ja, ist auch nicht. Der will auch immer losstürmen. Ich will den einfach mit dem Messer angreifen. Ich will den gar nicht anstürmen. Was ist er jetzt eigentlich down? Schau mal so. Oh, war der Fallschirm. Wo ist er denn? Ich war verwirrt. Ahaha. Bist du da? Näm. Selber ist mal voll. was bitte irgendwie sind die ja auch krank ja solange das server voll ist wirst du keinen platz kriegen ich bin auch schon längst wieder auf der karte es sind aber nur 20 sekunden Wieso treffe ich die Leute nicht mehr? Habe ich auch manchmal, das ist voll merkwürdig. Wieso treffe ich die Leute nicht mehr? Hat er sich wieder aufgehängt hier, ey? Gibt's auf Ultra oder was? Nee, auf hoch. Aber das läuft. Ich habe hier einen Frames von zwischen 60 und 70. Und dann geht er ab und zu mal komplett runter. Das ist auch meine Internetverbindung. Bei anderen spielen wir mal auch. Deswegen haben wir jedem neu gestartet. Ja, gut. Das will er wohl nicht, dann... Ach, die Sniper hoppen den ganzen Tag irgendwo in den Ficken oder freien Pläne und warten nur, dass sie killen können. Sowas von langweilig, das verstehe ich nicht echt. Kack genug Sniper. Wenn man agil spielt, da so ein bisschen rumläuft, dann ist das was anderes. Dann ist der Panzer kaputt. Oh, Mann. Oh, das ist ja schon tot. Äh, beim Supporter... Ja, ich habe nur zwei. MG15 auf jeden Fall. Ja, ich habe nur zwei Waffen. Beste Waffe. Wie heißt die? MG15, die letzte ist das. Okay. Du hast auch so einen Standbein, du kannst auch Stimulation haben. Ja, du musst dich dann erstmal freischauen. Ein Sharpshooter da hinten auf dem Hügel. Alter, schon wieder Sharpshooter, ich habe keine Lust mehr. Die faszinierend das ganze Spiel, ehrlich. Ich werde hier auch nur von Sharpshooten gequillt, ne? Weil ich könnte ja auch Sharpshooter spielen, aber... Das ist ein Enemies-Armied-Kar. Mach doch. Wir haben einen Objektiv-Charge genommen. Oh, komm. Ist ausgestiegen. Da ist er down. Die Waffe trifft auch nichts, ne? Welche? Ach, die eine von Medic hier. Wieder Sniper! Applaus! Pfff! Ey, die sind direkt so fesschen Kinder, ey. Leute! Uff! viele Peret-Jürgen! Baby ist die Anxietypumpe, der Erdklingste, der Erdklingste, der Erdklingste und der Erdklingste, der Erdklingste, der Erdklingste, der Erdklingste und der Erdklingste Ich fahr mal Richtung A. Ist das so ein... Ne, da hat er mich rausgeschossen, der Penner. Ich spawn bei dir, Floyd. Ich geh auch nach A fahren. Ah, ich bin nicht bei euch auf der Seite, ich bin... Da muss hier Kollege Schürschuh oder Monte da mal einen rausschmeißen. Vielleicht kannst du das Team switchen. Nee, ich bin auch bei den Türken. Boom. Switch Team, ganz normal. Ja, dann schießen wir das rauschleichen. Wie geht das? Wie in dem anderen Battlefield spielen auch. Okay, hier oben sind Sniper. Einen hab ich. Ach da. Ja, nee, da hab ich dann keinen Bock drauf. We have taken objective butter. Ja, jetzt ist das einfach hier schon tot. Mein Jammer. Da ist voll drüben. Oh, da ist alles voll wahr. Ja. Jawoll, schon mit der Granate. Haha. Sag mal, kippst du da mal um? Ah, tolle. Ach ja. So schnell, kommen wir da wieder. Ich treff die nicht. Manchmal triffst du die... Manchmal triffst du die und die kickt nicht um und dann snappern sie die mit einem Schuss weg. Das ist absolut lächerlich. Und kein Schuss. Und kein Schuss. Ach. Nachrichten! Oh, da kommt ein Landshipen. Und ein Bomba. Alter, du schießt ja voll pfiff die Waffe, ey. Oh, den Tank. Schmeiß mal einen raus. Hm. Ne, diesen Vooda, der ist die ganze Zeit so tot. Im Tank. Vooaa, 13 heißt der. Oh, hier, der Zug kommt. Ach, scheiße. Ah, fuck. Wohin hast du das? Von Drawer, der Gegner. Oh, die haben wir jetzt schnell. B. Oh, shit. Oh, nun kommen die ganzen Leute hier, Alter. Ist das schon wieder fünf. Mit der Muni? Ja, die fallen mit Päckchen. Die Tasche hast du noch nicht? Was? Hast du die Tasche noch nicht? Ja, hier, warte. Ja, da hast du. Die Munitions-Tasche hast du. Da hast du. Ja. Ich fragte ja immer, ob ich die große hat. Ne, die hab ich auch noch nicht. Oh, ich glaub, ich fühl mir gerade an. Mit dem Messer jetzt. Oder auch nicht. Aber auch ein zweiter. Ich hab da ammuniziert. Der sieht, dass ich bei uns Da sitzt der Sniper direkt unten in den Arm Wir haben Objektiv Freddy Ganz klar gewonnen, ne? So, wir haben Sniper Eigentlich nicht schlecht, dass das ganze Gegnerteam Sniper Ihr seid immer noch nicht, bis auf Volks ist keiner in der Party Also ich lade dich auch mal ein Es war egal, dass es war Party In weite Party So Nepp ist drin Florian, da ist auch drin, alles klar Ja Sehr gut Am Morgen bist du schon 43, du brennst auch, ne? So? War schon 30, oder? Ich bin gerade 27 geworden Florian ist doch hier 34 genug Oh